Shotgun, hab das noch nie gemacht und noch nie gehört. Denn mit Absicht... Tja, warum ist nach dem Shotgun-Trinken jetzt das ganze Zimmer nass? Ganz einfach, weil die Dose so gehalten wurde und hier reingestochen wurde. Aber wir wissen ja, dass die Dose nicht vollständig befüllt ist, sondern nur immer so zu 97 oder 96 Prozent. Und deshalb wollen wir sie so halten und dann hier reinstechen, weil sich dann hier nur noch die Luft befindet. So ein kleines Loch.